Sie sind hier, 9. September 2018, 22.59 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Schaltes Amine Harit ist von Marokkos Nationaltrainer Renat suspendiert worden, Urheberrecht gett die Images für den marokkanischen S04-Star Amine Harit ist das Kapitel Nationalmannschaft vorerst beendet. Einen Schalker Teamkollegen ereilt das gleiche Schicksal. Schlechte Nachrichten für Schalke-Star Amine Harit, der Mittelfeldspieler, wurde wegen Unpünktlichkeit von Marokkos Trainer Herve Renat aus der Nationalmannschaft geworfen. Der 21-Jährige war zu spät zum Mannschaftstraining erschienen. Neben Harit erwischte es mit Hamza Mendül auch einen weiteren Schalker. Der 20 Jahre alte Mendül wurde wie Harit kurz vor dem 3-0-Sieg der Marokkaner gegen Malawi in der Qualifikation für den Afrika Cup aus dem Kader gestrichen. Coach Renat begründete die Maßnahme nach dem Spiel damit, dass es in einer Gruppe nötig sei, Regeln zu respektieren. Heidel zeigt Verständnis auch Schalke-Manager Christian Heidel, kommentierte den Vorfall am Sonntag gegenüber der Bild. Harit und Mendül haben wie weitere Spieler die Abfahrtszeit zum Training falsch verstanden und sind zu spät gekommen. Daraufhin fanden sie keine Berücksichtigung für das Spiel, schilderte Heidel. Er zeigte aber auch Verständnis für Renats Entscheidung. Nichts Dramatisches, aber Pünktlichkeit und Disziplin gehören natürlich auch dazu. Harit im Sommer in Unfalldrama verwickelt Harit hatte zuletzt im Juni mit einem tragischen Autounfall in seiner Heimat für Schlagzeilen gesorgt. Dabei hatte er mit seinem Fahrzeug einen 30 Jahre alten Fußgänger erfasst und tödlich verletzt. Die Polizei leitete daraufhin Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen Harit ein. Der Marokkaner wurde zu einer Bewährungsstrafe von vier Monaten verurteilt. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mia